Was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wer will wie? So geht das ab. Wir machen heute ein Filet, ein Rinderfilet Cheeseburger. So ein bisschen auch lustig angelehnt. Ein bisschen auch angelehnt. Es wird großartig. Ich glaube der teuerste Cheeseburger der Welt. Aber er wird fantastisch. Stell ich mal vor, ihr schneidet ihn so in der Mitte durch. Ein medium rare Rinderfilet Cheeseburger. Da hatte ich so einen Bock drauf. Und wir machen den. Der extra klasse meine Freunde. Und wir fangen an mit dem Sößchen. Wir haben hier zu gleichen Teilen. Eifer, Mayonnaise, Ketchup und sage ich mal 20% voller von Senf. Und wir machen hier ein Rinderfilet Burger. Deswegen was kommt in die Soße rein? Kräuterbutter. Flüssige Kräuterbutter. Weil es ist ja ein Rinderfilet Burger meine Freunde. Und hier habe ich vom lieben Duck, vom Kitchen Impossible, diese schöne Trüffelsauce. Heute mal auf Edelsauce, ne? Du hast gerade die Soße aufgemacht und die so hart. Und die ist echt krass, ne? Ja. Normalerweise könnten wir jetzt auch noch so ein bisschen von dem Gurkensaft reinmachen. Aber schwachste, wir haben ja schon Kräuterbutter, wir haben genug drinne. Also, jetzt verrühren wir das Ganze mal. Schau mal. Du hast ja auf jeden Fall das dünnste Stück Fleisch heute ausgesiebt, ne? Also wie man sieht. Definitiv, oder? So, Dicker, wünsche dir denn schon keine halben Sachen hier bei Very Beef, ne? Auf jeden Fall. So, das verrühren wir mal. Ich finde, das sieht doch schon aus wie eine Soße, die so einem Burger gerecht wird, oder? Ja, das ist ja noch interessant. Ich probiere die mal, wenn ich richtig geil drauf kann, ne? Ja. Gut? Oh. Freunde. Nachmachen. Auch wenn ihr von Duck das Trüffelöl nicht habt, lasst das weg, macht das genauso nach. Showy, bitte. Okay. Bin selber überrascht. Digga, das auf dem Burger schon wieder. Es ist aber einfach schon wieder vorbei. Geil! Pudi, darfst nicht die ganze Soße jetzt weg snacken, ne? Wir brauchen doch für nen Burger was. Das ist auch Ende, ne? Ja, es schmeckt halt so nach den Eibern und der Frische von der Paprika. Und den Touch von der Kräuterbutter auf jeden Fall, ne? Ja, voll. Boah. Ganz geil. Geil. Ganz geil. So, Freunde. Zwiebelchen. Genau, Zwiebelchen. Aber nicht irgendwelche Zwiebeln. Wir machen ja schon so ein bisschen Deluxe. So, Freunde. Ich hätte jetzt noch sonst was auf den Burger drauflegen können, um euch zu beeindrucken. Wachteleier, irgendwie Ofenpaprika und irgendwelche Melanzanis und keine Ahnung. Aber nein. Wir wollten den klassischen Cheeseburger einfach nur aufgepimpt mit nem Rinderfilet und vielleicht noch ein bisschen geiler hier durch die Soße oder so, ne? Deswegen. Aber wir stellen uns so ne schöne dicke Scheibe hier runter. Wir passen auf, dass die ganz bleibt. Ich glaube, vielleicht kennt der ein oder andere das noch von dem In-and-Out Burger. Wir wollen, dass es ganz bleibt, ne? Genau so soll das aussehen. So, Freunde. Wir machen es mal hier. Wir streichen kurz unser Filet mit ein bisschen Butteröl ein. Wir haben es ein bisschen plattiert mit der Faust und jetzt einfach mal auf unseren Kontakt Flügel. Oh, ja. Geräusche, die man einfach in der Küche haben will. Geil. So, unser Zwiebelchen, Digga. Hier in die Pfanne. Und langsam als Dinge schmoren, ne? Fleisch, wenn sie ein bisschen Power kriegen, am besten ein bisschen runter. Genau. Sehr schön. So, warm. Oh, riechst du das Fleisch? Oh. Das ist wieder Wahnsinn hier bei uns in der Küche. Jo, ihr Lieben. In unserer Kooperation mit Major Chicken. Also im letzten Video haben wir das ja nicht gemacht. Aber diesmal machen wir das wieder. Also ihr habt Kommentare geschrieben. Wir geben Support zurück. Die beiden Herrschaften oder Damen und Herren sind hier unten eingeblendet. Liebe Grüße gehen an euch. Danke für den Support. Danke fürs Zuschauen. Und ihr habt jetzt hier die Chance, euren Instagram-Namen hier in die Kommentare reinzuschreiben. Und vielleicht seid ihr im nächsten Video dabei, ne? Vielen Dank auch mal. Danke an euch. So, jetzt machen wir ein bisschen Zucker hier auf die Zwiebel drauf. Und karamellisieren lassen, ne? Und drehen sie um und karamellisieren die von der anderen Seite noch ein bisschen an, ja? Freunde? Einmal umdrehen. Aufpassen, dass sie uns nicht auseinander fallen. Genau so. Wenn nicht, baut euch die wieder bitte zusammen. Super. So ihr Lieben. Oh, jo, jo, jo. Unser Filet ist medium rare. Rauflegen. Die Kräuterbutter. Einmal ausschalten den Bruder. Lang, lang nach ziehen lassen. Ich meine, wenn ich immer sehe, wie die Kräuterbutter verläuft. Na. Hier ist egal. Oh ja, genau der. Na? Genau der. Den wollen wir haben. Wunderbar. So, normalerweise streiche ich mir das Brötchen immer mit Butter ein. Mit normaler Butter. Heute mal mit Kräuterbutter. Um den totalen Kräuterbutter-Grill-Geschmack zu kriegen, einfach nochmal unser Burgerbrötchen und die Pfanne. Natürlich könnt ihr das Burgerbrötchen auch selber machen. Da gibt es genug Rezepte im Internet. Wir machen das ja nicht, weil ihr kennt uns einfache Küche und ich glaube auch, dass die wenigsten jetzt losgehen würden und ein Briochspann nachbacken würden. Wer nicht, müsst ihr halt andere gucken. Super. So, jetzt würzen wir das erstmal ein bisschen. Womit würzt du das? Ach komm, unbezahlte Werbung mit Zaubergewürz vom Blockhouse, weil ich es einfach geil finde. Yeah. So, ich würde sagen, wir können uns jetzt schon mal langsam unseren Scheller hier drauflegen, dass der noch so ein bisschen mit anzieht, ne? Für so eine Momente lebt man doch auch, ne? Und das am Ende snacken. Ich wollte schon fast sagen, das ist besser als Sex. Da warte aber noch nicht mit mir im Bett, ne? Nicht Spaß. Oh Gott. Der ganz schlechte. Ja, ja. So dieser Quatsch da so. Wo nachher nichts mehr rauskommt. Checkt ihr diese? Ja. So, ihr Lieben. So sollen die dann aussehen, ne? Wir nehmen die Butter ein, jetzt so stark. Echtig. Jetzt hauen wir uns hier noch in die Pfanne. Kleines Gemädchen. Auf Mini auf Gourmet angelehnt, oder? So, ihr Lieben. Unsere wirklich, wirklich, wirklich krasse Soße hier drauf. Ich fand die noch geiler als die innen auf Burger Soße, ne? Ja, durch den Kräuterbuttertouch ist die halt echt geil geworden jetzt, ne? Ja. Kleinkommt eigentlich so ein Stück Fleisch, so ein bisschen groß. Und das macht die karamellensierte Zwiebel oben drauf, Freunde. Eine Runde aus nem geilen Kräuterbutterbarn. Boah, so ein schönes Winterfilet. Eine Schönheit, wa? Einfach schön, Freunde. Ich schneide es doch gleich mal an. Bro, wenn du sehen könntest, wie das auf der Kamera gerade aussieht, die würde auch einer abgehen. Ah! Fehlt was? Ja, er ist unkonzentriert. Ja, er ist filiestig, unkonzentriert. Bei sowas Besonderem, Freunde, kann das auch mal passieren. Ein paar Gürchen noch rein. Wenn ihr das nicht verstehen könnt, dass das nicht das Leckerste ist, was ihr jemals gegessen habt am Ende, dann weiß ich auch nicht. Wir melden uns gleich, Freunde, ja? Dann schneiden wir den mal in der Mitte an. Das geht hier ab. Ist auch nicht normal, ne? Mh, man weiß gar nicht, wie man es essen soll. Alles fällt raus. Gutes Zeichen bei einem Burger. Ist wirklich kein Witz, wenn da nicht alles rausfällt, ist Kacke. Mh. Hier war der erste Happen in so ein geiles Filet. Mein Gott. Also was haben wir jetzt bezahlt? Einkaufspreis? Mh. 18 Euro. Würde so im Restaurant dann 70 kosten. Mh. Aber lohnt sich, oder? Mh. Boah, Digga. Setz dich die Kräuterbutter jetzt noch durch, wenn alles drauf ist? Mega Geschmack. Beim Burger ist ganz wichtig, dass du diesen Burger baust, ne? Also, dass er wirklich einen komplett Geschmack hat. Und das dann mal wieder hinbekommt. Mh. Ja. Mh. 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 Riecht aber auch wie ein Schwein, ne? Ist nicht schlimm gehabt beim Burger-Essen dazu, ne? Freunde. So. Schlovi. So, Digga. Einmal noch der hier. Ne? Da haben wir ihn! The one and only! Schlovi! Ich will gar nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken und... Feuterbutter. Einmal. Trüffel. Filetstick. Karamellisierte Zwiebeln. Mh. 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 Der ist so lecker! Mh. Und der Juice tropft raus. Mh. 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 Die Soße. Wer hat denn die Soße heute gemacht? Ey, unfassbar lecker! Wow! Mh. 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 Warte, ich mach dir noch einen Kleck drauf. Oh, noch ein bisschen. Und jetzt den... Jetzt fangen wir ihn noch mal weg. Also diesen Anblick möchte ich euch jetzt ersparen. Ne? Das war eine neue Folge, wir haben den Beef mit den Musret-Filet-Burger, würde ich sagen. Digga, genieß ihn. Ne? Nicht immer hier alles von der Kamera. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ganz viel Liebe. Danke für die Treue, ne? Super. Macht's gut. Euch einen erfolgreichen Tag, ne? Dankeschön. Tschüss. Das stimmt. stom wirctor. HAI heißt das, himmh? Sieg-Ai. Untertitelung des ZDF, 2020